Und wir werden jetzt einmal ausprobieren, dass wir wie ein kleines Mädchen durchrennen und gar nicht versuchen, irgendwie in den Kampf reinzugehen, um zu schauen, wie weit wir überhaupt kommen. Oder, ich gehe mal davon aus, das wird nicht erfolgreich sein, weil ich sehe da vorne schon zwei Leute, ich habe da hinten schon welche langlaufen sehen, das wird wahrscheinlich nichts werden, oder dass wir uns eben halt in diesem hohen Gras plus die Felder so sneaky mäßig versuchen zu bewegen. Ähm, ich will aber auch gucken, dass ich nicht so viele Leute kaputt mache, weil ich bin immer kein Freund davon, äh, gerade in diesem Szenario Leute kaputt zu machen. Irgendwie finde ich das sehr, nicht, nicht so schön, ne? So, okay, denn, äh, oh Gott, da ist ja auch im Feld wer. Ja, ach, du kackenkopf. Okay, wir probieren erstmal hier so sneakmäßig hier übers Feld rein zu huschen. Ja, wobei, ich habe ja gerade eigentlich gesagt, dass wir ja durchrennen, wa? Ach komm, YOLO, oder? YOLO! YOLO! Immer weiter, 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 ja, ja, komm, links, rechts, geradeaus, immer mal so ein bisschen zickzack laufen. Gehen wir das so hin? Aua, aua. Oh, geht der? Der tat weh. Der tat weh. Den müssen wir mal ganz kurz rausnehmen, damit ich den hier rausnehmen kann. Oh, äh, warum bist du denn jetzt hier? Weg! So, jetzt, jetzt nochmal. Klinge ich dich rausgezogen? So, jetzt muss ich mich ganz kurz heilen. Ja. Und ja. Okay, also, versuchen wir doch sneak-peak-mäßig hier so durchzuhuschen. Ohne jemanden zu alarmieren? Das ist zumindest... Also, wir können ja mal so ein Mischmasch machen aus sneaken und wir dann vorbeirennen. Wir könnten auch gleich mal gucken, ob wir die irgendwie anderweitig ablenken können. So, also hier dürfte er... Ja, ja. Oh, 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 ganz kurz zurück, ganz kurz zurück. Lass mich doch mal durch, lass mich doch mal durch. Wieder weg. Oh Gott. Oh Gott. Ist der jetzt eigentlich nur einer oder sind der zwei? Könnte ich den jetzt eigentlich von hinten einfach grabbeln und den Silent-mäßig killen? Wäre das eine Option? Greifen? Darf ich ein bisschen ziehen? Halt die Fresse. Halt die Fresse. So, jetzt einfach hier so und... Ich will das eigentlich gar nicht, ne? Also, macht mir auch keinen Spaß. Ich glaube, hier in dem Feld ist auch noch einer. Da sind auch noch wer. Kann ich hier ins Gewüsch rein? Werde, werde? Oh ja, ist auch eine Option. Sehr geil. Im Gewüsch ein bisschen stumpf machen. Könnte ich die jetzt triggern, indem ich jetzt einfach da hinten was hinschmeiße? Dass sie den Fokus da hinten hinschmeißen und hier vielleicht uns ignorieren? Warte mal. Können wir... Ich probiere das jetzt mal. Können wir die ablenken, indem wir sie da hinlocken? Die interessiert es gar nicht, oder was? Okay. Die geben einfach einen Fick drauf. Ich will die jetzt aber auch nicht kaputt machen, weil es sind drei Leute. Minimum. Oder mehr. Und hinter mir könnte immer noch einer kommen. Wirst du irgendwas? Nichts. Alles gut. Und... Der ist ziemlich nah dran gewesen, keine Zeit. Ach du Schatz. Ach du Kackenkopf. Kann ich mich hier einfach so hinlegen? Geredet. Okay. Wir liegen. Im rohen Gras. Nice. Das ist die große Frage. Sieht sie uns, oder sieht sie uns nicht? Sie ignoriert uns. So ein bisschen. Oder... Sie dreht gleich um und sagt... Hallo. Bitte nicht. Bitte... nicht. Hier reinkommen. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Ja, jetzt haben wir aber immer noch die beiden Boys. Ey, jetzt sag mir nicht, dass der hier auch noch hier hinkommt. Okay, okay. Er ignoriert uns. Ja, dafür ist sie jetzt hier einmal rundherum gelaufen. Nice, nice, nice. Können wir hier rein? Ja, okay, 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 cool, 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 cool. Wir versuchen es immer noch Sneakpeak mäßig und jetzt irgendwie runter. Ein bisschen wackeln. Ein bisschen. Könnte ich jetzt eigentlich... so einen Stein? Nee, kann ich nicht. Nicht ganz. Nach da hinten, ja. Wieder? So, würdest du jetzt auch da hingehen? Nee, du nicht, ne? Du bist nicht da hinten. Hey, siehst du irgendwas? Ich sehe nichts. Ich renne weg wie ein Mädchen und versuche hier zu flüchten. Komm schon. Abby! Shit! Okay. Okay. Ausschwärmen? Dann wollt ihr denn jetzt hier auch schwärmen? Okay. Krieg ich dich silent mäßig gekillt? Du kommst da hinten. Das ist... Was ist denn hier drüben? Wo? Wo ist er hinten? Direkt vor mir. Greif ihn doch. Oh. Ich muss mal ganz kurz, ganz kurz... Okay, jetzt holen wir uns die Knüfte. Laden kurz nach. So, und was jetzt? Rauschen. Ich nehme die Sichel. Wo können wir denn jetzt hin? Ja? Achso, hier. Lol. Okay, es ging doch besser als gedacht. Wie, hier ist es? Ah, lol. Okay, wir... Oh, okay. Ich musste nur einen töten. Also. Zwei. So. Das muss überlegen. Aber waren ja zwei, nicht einer. Okay, hier können wir wieder ein bisschen Munition sammeln. Das ist immer mehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Und hier sind hier... Hier werden die Kinder... Oder was? Oder wie? Oh, ich habe 109 Zusätze. Da könnte man ja ein bisschen wieder was aufmöppeln. Nee, da könnte man ja mal wieder die Böden... Bei den Munzen. Dann... Machen wir mal hier auf. Okay. Was ist denn da passiert? Nein! Oh nein! Die Uti! Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie... Sie hat mich nur angeschrien. Scheiße. Dann ging sie auf mich los. Ich... Ich wollte sie aufhalten. Ich... Ich habe sie nur voll weggestoßen. Und sie ist gegen den Tisch gefallen. Hör zu. Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Okay. Alles wird gut. Ich verspreche es. Ich bin ja weg. Ja, ich auch. Komm. Oh Mann. Sollen wir den gleichen Weg wieder zurückgehen oder was? Nee, oder? Nee, kleiner. Ich verspreche es. Untertitelung des ZDF, 2020